Ein positives Hingehen zu dem Problem des Nahen Ostens, insbesondere Palästina, Israel. Dafür gibt es gar keine Alternative und es gibt in diesen Konstellationen ja auch Hoffnungen. Nehmen Sie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Dass wir dort einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin bald bekommen werden... Naja, zwei Jahre müssen wir noch warten. Ja, aber die Politik mit dem Wechsel der Mehrheiten im Kongress richtet sich schon darauf ein, könnte auch dazu führen, dass die USA eine konstruktivere Rolle und ohne die USA geht eine Lösung dieses Konflikts überhaupt nicht, dass sie eine konstruktivere Rolle, als sie sie in den letzten Jahren gespielt haben, dort spielen. Ich will mal nicht von unseren Wünschen ausgehen, sondern von den Wünschen der Menschen, die dort leben. Ich war jetzt neulich wieder, wie die Kollegen natürlich auch immer wieder, sowohl in Israel als auch in den arabischen Nachbarländern. Ich höre von überall eigentlich den Wunsch nach einer Lösung dieses jahrzehntealten Konflikts. Und ich wollte nur ein kritisches Wort zu Ihrer Behauptung, Herr Kollege Polent, sagen, man müsste das Ende kennen, wenn man verhandeln will. Darüber müssten wir noch exakter diskutieren, was das bedeutet. Das kann zumindest nicht bedeuten, dass man die Lösung in allen Einzelheiten und mit allen Punkten auf den Tisch legt und den Beteiligten sagt, so wird es am Ende sein. Wir brauchen eine konkrete Vision und da stimme ich allen zu, zwei Staatenlösung in anerkannten, international anerkannten sicheren Grenzen. Aber dann beginnen die Probleme der Verhandlungen, weil wie man da hinkommt und wie das konkret aussehen soll, da gibt es noch unendlich viele Differenzen. Trotzdem nochmal generell nachgefragt, meine Herren. Hoffnung ist da, aber auf der anderen Seite muss ich doch ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Wir haben über die personellen Schwierigkeiten gesprochen in Europa, aber auch in Amerika. Aber die Probleme in der Region haben ja auch eher zu als abgenommen. Das Stichwort viel, Krisen- oder Affären geschütteltes Israel selber, Bruderkrieg der Palästinenser, Bürgerkrieg, wenn man so will, im Irak, ein atomaufrustender Iran und ein, kann man das sagen, uneinsichtiger Präsident in Amerika. Das ist eine ganze Menge. Wie soll das da vorangehen? Aber die Region ist doch ohnehin schon katastrophenschwanger seit Jahrzehnten gewesen. Wir haben das jeden Tag erlebt, in größerer Dichte oder nicht. Der Fehler, den ich einfach auch ein Stück uns selbst, aber in den letzten Jahren doch amerikanische Außenpolitik ankreide, dass sie sich dem nicht mehr mit der nötigen Intensität gewidmet hat. Wir begegnen in allen internationalen Gesprächen, ob es zu Recht angeführt wird oder nicht, als einem der großen, fast symbolischen Hemmschuhe diesem israel-palästinensischen Konflikt. Manche benutzen ihn als Ausrede, um nichts zu tun. Manchen macht er wirkliche Beschwerden. Ich glaube, wir haben noch gar nicht begriffen, dass wir eine der Grundwurzeln dieser arabischen schwierigen Lage gegenüber der Internationalität damit irgendwann mal aufknoten müssen und auflösen müssen. Das ist also nicht nur so ein kleines Segment. Dass die Führungen dort momentan in schwierigen Fragen sind, dass die Nuklearrüstung noch hinzugekommen ist, kann mich jetzt nicht davon abhalten, die Dringlichkeit des europäischen Einstiegs anzumahnen. Früher haben wir immer gesagt, wir müssen uns vorsichtig an der Seite Amerikas bewegen. Das ist richtig. Ohne Amerika können wir das nicht machen. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass wir jetzt doch auch ein Stückchen stärker hervortreten müssen. Auf den Präsidentschaftswechsel will ich mich allein nicht verlassen. Der ist noch nicht vollzogen. Mir fehlt auch bei den amerikanischen Demokraten konzeptionell irgendwas als Lösungsbeitrag für die Region. Die haben ja nun auch die Mehrheit in den beiden Häusern. Also da muss auch eine Gesellschaft sich jetzt bewegen und muss eigentlich als Amerika sagen, jawohl, wir wollen das jetzt in den Kontoren gelöst werden. Herr Klose, Sie sind ja ein guter Amerika-Kenner. Woraus leiten Sie das ab, dass da sich auch vielleicht etwas tut in größerer Verhandlungsbereitschaft? Also ich leite es im Augenblick nicht ab von amerikanischer Stärke. Ich sage das mit Bedauern, weil ich weiß, dass es seine wirkliche Endstatus-Vereinbarung nicht geben kann ohne die amerikanische Begleitung und Unterstützung. Nein, mein ganz vorsichtiger Optimismus ergibt sich eher aus einer krisenhaften Entwicklung. Nämlich der Tatsache, dass sich eine neue Sicherheitsarchitektur in der Region herausbildet, die man den größeren Mittleren Osten nennt, durch die Ambition des Iran. Das löst ja bei anderen Akteuren Überlegungen aus. Und zwar solche der Besorgnis zu einem guten Teil. Denken Sie an Saudi-Arabien, denken Sie an Jordanien, aber auch an Ägypten. Während auf der anderen Seite sich nennt, sich bildet, was ich glaube der jordanische König mal den schiitischen Krisenbogen genannt hat. Da entstehen neue, wenn man so will, regionale Sicherheitsstrukturen, die plötzlich Interessenübereinstimmungen erkennen lassen, an die man vorher nie hätte denken können. Also hätte das auch etwas Positives. Und daraus, finde ich, sollte man etwas Positives machen. Denn man kann ja ohnehin nicht einfach warten, bis der Iran eines Tages uns erklärt, er sei nur nuklear macht. Sondern man muss vorher schon überlegen, wie man sich auf eine solche Situation einstellt. Und mein Eindruck ist, Sie werden das bestätigen, das wird in Saudi-Arabien, in Jordanien, überall intensiv vorgedacht. Und daran uns konstruktiv beteiligen könnte ein Weg sein. Was bedeutet das jetzt konkret für Deutschland, für die Europäische Union? In diesen sechs Monaten Ratsherrschaft ist ja nicht sonderlich lang. Wo muss man sich denn jetzt am meisten abstimmen? Also innerhalb der EU oder muss man zuvor immer mit den Amerikanern wieder reden und sagen, ist es euch recht, wenn wir als EU jetzt Folgendes machen? Ja, man muss beides machen. Man muss innerhalb der Europäischen Union in das Quartett mit einer Meinung gehen. Also man kann nicht sagen, jetzt treffen wir uns, aber wir selber wissen noch gar nicht genau, was wir wollen. Und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Es gibt sehr, in der Tat auch bis ins Detail gehend, Vorschläge, die seinerzeit Clinton gemacht hat. Zu den vier entscheidenden Fragen des sogenannten Endstatus. Die Grenzen im Wesentlichen von 1967 für den israelischen Staat und der palästinensische Staat in Westbank und Gaza streichen. Jerusalem, nicht geteilt, aber Hauptstadt jeweils sowohl des israelischen Staates wie des palästinensischen Staates. Dann die schwierige Frage der Flüchtlinge, so dass sie nicht in das Kernland Israel zurückkehren können, sondern nur in Westbank und Gazastreifen und im Übrigen entschädigt werden. Da könnte eine Frage beispielsweise auch auf andere zukommen, auch auf die Europäer, eine gewisse Bereitschaft zu erklären, wenn es denn an dieser Frage dann nur noch hängt, auch bereit zu sein, bei der Lösung des Flüchtlingsproblems etwas mitzuhelfen. Und dann haben wir das Problem der Siedlung. Und da will ich mal einen Punkt ansprechen, den ich mir jetzt von den Europäern und von den Amerikanern und vom Quartett auch wünsche. Ich finde, man sollte von Israel unmissverständlich auch öffentlich erwarten, dass jede Siedlungstätigkeit eingestellt wird, ohne dafür irgendeine palästinensische Gegenleistung zu erwarten. Denn es ist unter keinen denkbaren Gesichtspunkten vernünftig, dem Frieden dienlich, näher zum Frieden hinführend, wenn auch nur ein Haus weiter neu im Westjordanland gebaut wird. Herr Montag, was sagen Sie? Ist das, geht Sie damit mit Konform? Ich stimme allen Punkten, die Herr Kollege Polins angesprochen hat, völlig zu. Das wäre mit einer starken, in der Bevölkerung verankerten Regierung in Israel auch unbedingt zu besprechen. Wir müssen es auch mit der jetzigen besprechen. Das Problem in der israelischen Gesellschaft, in der israelischen Politik ist, dass ich im Augenblick keine Kraft erkenne. Sharon war der Letzte, nun wirklich nicht einer, den ich gerne gemocht habe, aber dessen Größe in dieser Frage ich anerkenne, der sich da versucht hat und zum Teil auch hat durchsetzen können. Es gibt in der israelischen Politik zurzeit keine Kraft, die in der Lage wäre, mit so einem Programm an die Öffentlichkeit zu treten, ohne von den Populisten à la couleur in die Wüste gefegt zu werden. Das ist ein reelles Problem. Ich will aber den konkreten Punkten, die Sie angesprochen haben, noch zwei hinzufügen, von denen ich denke, dass sie mit relativ wenig Aufwand zuerst behandelt werden könnten. Das ist ein Friedensvertrag, eine Grenzregelung und auch vielleicht ein Friedensvertrag mit den Nachbarn Israels im Norden. Sowohl im Libanon als auch mit Syrien. Und man muss auch mit Syrien reden. Syrien und Iran ist keine Ehe, sondern ein inniges Zweckbündnis. Da gibt es viele Differenzen und wir müssten als...